Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Assembler und irgendwie auch ein bisschen mehr theoretisches Wissen, als ich eigentlich vorhatte, aber gut, das brauchen wir halt einfach. Heute geht es um den Speicher, den wir uns im von Neumann Rechner auch wieder angucken werden. Ihr kennt das Bild mittlerweile, wer es nicht kennt, bitte letztes Video angucken, da habe ich den ganzen Kram hier erklärt. Heute soll es um den Speicher gehen und der Speicher ist eigentlich relativ simpel aufgebaut, deswegen wird das Video auch nicht lang werden. Und zwar haben wir hier einfach quasi, stellt euch als ein überdimensional riesiges Array aus Wörtern vor. Wörter bedeutet in diesem Fall 64-Bit, weil wir normalerweise mittlerweile 64-Bit-Architekturen haben. Und ja, ein sogenanntes, oder ein 64-Bit-Wort nennt sich auch L-Word. Ein Word ist im Endeffekt ein doppeltes Byte, das heißt ein Byte ist ein Byte, immer noch 8-Bit. Ein Word sind zwei Byte, also 16-Bit, das war sozusagen die erste geläufige Architektur. Dann hat man dann D-Word als Standard benutzt, das sind 32-Bit, also zwei Wörter. Und mittlerweile sind wir bei 64-Bit angelangt, die sind ein L-Word oder manchmal nennt man es auch Q-Word. Das heißt, wir haben hier einfach ein riesiges Array an Speicher und wir können hier überall indizieren und sagen, ich würde gerne das da reinschreiben, ich würde gerne das da reinschreiben. Und wir haben die Möglichkeit hier aber nicht nur ein komplettes L-Word zu benutzen, sondern wir können innerhalb unseres Programms auch immer mit Bytes theoretisch arbeiten und damit sagen, wo wir drauf zugreifen wollen. Das heißt, ich kann hier sagen, ich hätte gerne die Adresse hier, zum Beispiel 0x10, das macht man normalerweise im Hexadethyman und dann sage ich eben, ich möchte gerne hier dieses L-Word auslesen beziehungsweise beschreiben und so kann ich damit eben arbeiten. Achtet aber darauf, dass man normalerweise sagt, nach unten hin wird der ganze Speicher aufgebaut. Das heißt, oben hast du die kleinsten Adressen, unten hast du die höchsten Adressen. Also nur so, dass man immer vom selben redet. So, jetzt schauen wir uns doch kurz an, wie das Ganze in der Sampler aussieht. Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten, um tatsächlich von dem Speicher irgendwas zu laden. Ihr seht hier wieder, die Register EAX und EBX sind stark eingespannt. Jetzt ist hier auch mal ESI dabei. Speziell zu ESI vielleicht noch kurz eine Ergänzung. ESI ist für String-Operationen eigentlich reserviert als Register. Das heißt, da packt man normalerweise irgendwelche Buchstaben oder sowas rein. So, jetzt zu den ganzen Dingern hier. Was tun die eigentlich alle? Das oberste hier lädt uns in dem Register EBX eine Adresse. Das heißt, da muss irgendein Pointer drinstehen. Zum Beispiel 0x11. Und dann wird das, was da drinsteht im RAM, wird geladen. Also quasi wie ein Pointer wird der Inhalt geladen, das was da drinsteht. Und an %EAX geschrieben. Das heißt, am Ende steht in E-A-X das da drin. Weil hier haben wir quasi ausgelesen. Okay? Das ist das Erste. Das ist so das Geläufigste. Und auch eigentlich das, was man am meisten benutzt. Einfach die Klammern drumherum schreiben. Dann wird da quasi aus einer Adresse der Wert ausgelesen. Also quasi damit ließe ich meinen Speicher direkt aus. So. Aber ihr seht, es ist eigentlich auch wieder nur ein Move-Befehl. Also ein Moff-Befehl. Aber wir werden noch unterscheiden zwischen Moffel und Moff-Q. Das ist ein kleiner Unterschied, aber das will ich jetzt hier noch nicht machen. Deswegen habe ich jetzt hier nur Moff hingeschrieben. Ist einfacher so rum. Das Zweite ist quasi das Gegenstück zum Laden. Also damit lädt man irgendwas aus dem Speicher und schreibt es in ein Register rein. Hiermit kann ich wieder in den Speicher reinladen, äh schreiben. Das heißt, ich nehme hier das, was in EBX drinsteht. Und schreibe es in die Adresse, die ich in VAR drin habe. Okay. VAR muss dabei eine Variable sein, die ich schon davor definiert habe. Oder ich kann auch wieder %EAX sagen. Zum Beispiel, dann würde ich eben an die Adresse, die in Register EAX drinsteht, schreiben. Also sowas zum Beispiel. Okay. Dann das nächste hier. Das lädt mir aus der Adresse, die in ESI drinsteht, die 4 Bytes, die davor stehen. Das heißt, nehmen wir mal an, in ESI steht 0x11 drin. Die 4 Bytes, die davor stehen, lädt es mir in EAX rein. Das heißt, es lädt mir hier 0x11 ist ESI. Also geben wir 4 Bytes davor. Und das sind dann die hier quasi. Die wollen wir auslesen. Und in EAX reinschreiben. Okay. Gut. So, wenn es irgendwann mal zu viel wird, dann kann ich auch aus, zum Beispiel CL ist auch ein Register, kann ich quasi auslesen und kann es schreiben in ESI plus EAX hintendran. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel in ESI drinstehen habe 0x1 und in EAX steht 0x01 drin, dann schreibe ich quasi hier unten drunter. Also nach den beiden, also wenn ich die beiden addiere, dann an die Adresse, die danach kommt. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlicher. Normalerweise, ich würde es nicht so schreiben, ich wollte es euch nur zur Vollständigkeit her zeigen. Normalerweise würde ich das zuerst addieren und dann würde ich das da reinschreiben. Aber gut, okay, ich meine, so ist es wahrscheinlich schneller. So, und jetzt hier unten muss man richtig rechnen. Hier ist es nämlich jetzt so, wir nehmen die Adresse ESI plus 4 mal EBX. Das heißt zum Beispiel in ESI steht irgendwas drin, plus 4 mal das, was in EBX drinsteht. Und das wird dann als Adresse genommen und der Inhalt davon wird in EDX reingeschrieben. Also solche Sachen zum Beispiel. Wie gesagt, das einfachste sind die beiden hier oben, die werdet ihr brauchen. Das ist Laden, das ist Schreiben im Endeffekt. Okay? Cool. Das war es eigentlich erstmal. Wir wollen uns natürlich dann demnächst noch richtig einen Assembler-Code dann anschauen. Aber ich muss euch erstmal erklären, was das ist, damit wir ihn überhaupt nur lesen können, damit wir verstehen, was da eigentlich drinsteht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.